Es ist eh eine, die euch nur auf den Sack geht. Kommt vor. Da lassen wir alle auf den Sack gehen. So. Wer kommt da rein? Oh man. Alter ist halt sehr viel um zwei. Na kurz vorher. Okay, ich mach jetzt Schluss. Reicht weiter. Schau mal kurz, wir können ja einfach so Schluss machen. Also jeden mal sollten wir dann auf den Handy auf jeden Fall. Ja, genau. Können wir ja noch machen. Warte, macht der ein Skelettchen in der Hütte? Was denn bei dir hinten, oder was? Ja, man. Boah, ein Skelett drinnen. Okay. Okay, wenn die Viecher hier rin kommen, ist geil. Vielleicht unten noch ein Soundtour einmal. Natürlich. Die auch noch eine Tür rin bauen, wenn die die... Oh. Oh man. Was ist das? Was ist das? Was ist das, dass wir mit die Löwe? Ich muss doch nur mit der Tür fahren. Doch, der ist das nicht. Ich muss nur mit der Tür rin bauen. Ja, das ist auch die Tür. Ehhh. Äh, mit der Tür. Alter. Wahnsinn. Stefan, jetzt fährst du aber auf? Was hast du da denn auf? Jetzt hast du da rein gebaut. Und jetzt hast du da noch eine Tür mit reingebaut. Wo rein gebaut? Hä? Wo denn? Na an der Farm. Gerade sehen die auch schon hier. Was machst du denn jetzt noch? Und überlegst du Stefan? Nee, ich kunde grad ein paar XP. Oh. Wie denn das? Ja wie denn, ich hab doch die Zombie-Ding drin. Wieso? Wieso? Der schummelt! Brich ihn um! Katze ist wieder da. Siehste deine... Erinnerst mal hier bei mir an die Mauts drauf. Ja, die andere ist sicher. Scheiße, wie ist das? Du weißt aber schon, dass die hier überall von ANAB rennen. Oh, die Katzen? Echt? Nee, nicht die Katzen. Da waren seine scheiß Zombies. Ach, lol. Wieso, hä? Ja, mir kam grad ein Zombie in den Kollegen. Ja, die spawnen ja einfach, Mann. Ich wollt grad sagen. Ich denk, die können ja nicht spawnen, wenn es hier überall hell ist. Ja, doch. Natürlich gibt's kleine dunkle Ecken, wo sie spawnen können. Hm. Leider, ja. Na, Stefan, welches Level hast du schon? Level 17. Noi. Ich muss dir die XP von Wunderbar angucken. Die haben wir gesehen. Die siehst du auch nicht. Okay. Nee. Deswegen hatte ich eigentlich zu Stefan gesagt, er soll das alles mit Glas machen, aber... Er hat's lieber komplett so zugemacht. Hm. Ja, weil's dunkel sein muss. Ja, stimmt aber. Ja, stimmt. Ich brauch's Dunkelheit, damit ich spawnen kann. Die gefällt mir nicht, die Spawnfarm. Find ich die anderen im Himmel besser. Ja, gut, aber... Was, im Himmel? Hm. Ja, aber das ist eine Heidenarbeit, sag ich dir. Kann ich mir heransetzen, Mann. Da siehst du, wie lange du da sitzen und was du da an Rohstoffen brauchst, Stefan? Das ist richtig vorne. Ja, Asthma musste Oxidium haben. Oxidian? Warum? Naja, dass sie nicht unzerstört und einen Creeper spawnen. Ey, wir haben hier eine Kühne, die Cloud. Ja, stimmt. Die Plattform ist es, wenn wir nichts draus machen können. Alter, wir haben zwei große Kühe und... ...sechs kleine. Ja, war mit Absicht. Hab's alle weggenäht. So, Projekt Sommerhaus ist abgeschlossen. Bist fertig oder was? Ich bin fertig. Ich habe fertig. Ich hab noch was geltet machen können. Ich wohne nur ein paar Glasblöcke nochmal, wenn du machen musst. Na, haben wir hier? Wir haben hier welche. Ja, ich wüsste, hab ich gerade hingebracht. Weil ich schon alles weggebracht hatte, eigentlich. So, ne Tür, wo die Tontlona ganz normal ist. Doppeltür. Mein gleich auch noch. Dann ist Objekt, äh... Aufgaben, Ob Projekt Sommerhaus fertig. Juhu! Stefan hat sich ja eine angeguckt, ne? Ne, geh ich gleich mal gucken. Ich will noch Level 20 erreichen. Ey, wir sind ja gerade da rumgedümpelt. Ach, Paul. Man hat ja wunder. Ich dachte ja, oder... Käse-Ghishan passiert. Und mich tänker... Nein, Stefan. Ach, Mann. Wenn we频ig! Was sind denn hier dauerhaft auf, ey? Was denn hier mit der 2 court passt? Ja, aber... Lookel, es ist keine Ahnung Scheiße. Haben wir noch jemanden? Ja, im Ofen. Da kann ich rausgehen. Will ich in den anderen gehen? Nee, sind alle raus. Nee, hier im Lager. Lager ist im Ofen? Ja. Ja, 20 Ofen. Ja. Wo denn? Tucka! Sieht wirklich fest aus. Hammer, Alter. Von hier sieht der richtig geil aus. Genau die richtige Höhe auch alles. Läuft da. Ja, mit den komischen... Esen die da... Die Ranken, die gehen bis zum Boden runter. Ich weiß, ich weiß. Wollte ich auch so. Das jetzt so aussieht. Wie die Bäume im Hintergrund und so. Alle, was daneben ist. Die Ranken auch bis ganz runter. Okay. Wollte ich das doch haben. Ja, definitiv. Wer hat mir den Wasserfall hier zugemacht? Hat mich den Wasserfall zugemacht? Ich glaube, der ihnen, der ihn zugemacht hat, der wirst schon Bescheid. Achso, der da? Ja, der Heike. Oh, ich bin mir auf den Sack. Die Katze, Alter. Geht den auf den Sack. Ich ziehe die Hammer aus. Ich ziehe den in Richtung der Möhre hier. Wie hast du denn die Ranken da ranbekommen? Tja, mein Geheimnis. Ich habe schon angeklatscht. So, eine Färm. Na, aber die kannst du doch ja nicht so ab... Abfarmen. Oh, scheiße. Glas, was ich habe, reicht nicht. Bitte, was hast du denn noch gekriegt gerade? Ah, na, knapp. Für das, was ich machen will, reicht doch nichts. Ich bin nur so ein Perfektionist. Ich muss dann immer alleine übertreiben, ey. Ich finde das aber so cooler, wenn du das nicht zu machst. Antwort, ja. Also, wenn das offen bleibt. Find ich persönlich besser. Ja. Hm. Naturbelassener. Wie wenn du das hier zu machst. Warte mal, ihr könnt ja auch mit Glasscheiben über Eck machen. Das wäre natürlich noch geiler. So wie die Glasfenster hier sind, weißt? Mhm. Das wäre natürlich geiler, oder? Also, ich würde es komplett offen lassen. Du hörst nicht aus oben, Alter. Als ob da gerade je nach Foltererzeit war. Ich würde ja gerne mal testen mit Glassscheiben, wie ihr shield sie sich halt so sieht. Gerne Testen mal. Schon geil an. Oh, da hat ein Skelett. Wo? Hier unten. Ach, jetzt hat er mir schon die dumme Dreck sau. Scuess Creeper, ab hier. Drecksvieh. Na, musste ich gar schnell testen. Ta da daaaan. Ta da daan. Warte ich nicht alle nicht hinterherr何 haben. Fick dich! Fick dich! Kann ich nicht nur noch mal penjen, wir sind ja bestimmt alle hier beim Haus gerade. Ich wollte nicht wieder eine Nacht zurück haben. Und Klaas ist noch mal in Arbeit. Dadaaaa, nö, sollte reichen, ich kann doch hier noch Glasscheiben um den Ende. So, wo wir hier fangen. So sollte eigentlich reichen. Ach man, ey. Wird kommen! Oh Gott! Schnell noch mal zaubern. Gucken wie es mit Klaas wie es aussieht. Alter! Guten Morgen! Sag mal, Lars, was hast du denn alles in deiner verfickten Truhe gebunkert? Wir hätten gebunkert, das hängt doch nur so ein bisschen separat bei der Flasche. Ist klar separat! Wieso, so Fülle? Ich hab Stefan schon ein Buch abgegeben, ne? Hier, Alter! Sveni genau das selbe, auch übelst gebunkert. Echt? Ja. Und hat der gebunkert? Der hat hier... Einen Kürbis, Labeslazuli, Redstone, 44, Knochendreier, eine Zwehe, einen Pfeil, und eine Steintreppe. Okay. Jetzt mit so einem Müll. So verbrennt der Creeper nicht hier. Dürrenbaum. Da braucht eine Druckplatte hin. Nur hier ein Creeper. Da. 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 Ah, verrottete Fleisch! Moins! Da 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 da! Ah scheiße! Ich mag Creeper, die explodieren! Ich find sie toll! Ach ja... So, was sagen unsere Kühe? Moin sind ja wieder ein paar. Lars, bist du schon wieder hinten bei deiner Hütte? Ja. Wieso? Ne, nur so. Kann ich denn hier noch machen, Mann? Wie? Wie? Wie fällt mir die Schwester hier nicht? Und ich so... Na ja. Auf wenigstens mal eine Tür eingebaut. Ich halt zwar immer mal. So, was gibt mir da noch ein Glasfenster an, wie das da aussieht? Kann ich auch, wenn ich eine Glasplatte oben herangesetzt habe, kann ich dann auch eine Tür setzen? Ja, ne? Äh, wie meinst du das? Na, wenn ich jetzt einen Glasblock oben an der Decke setze. Praktisch für ein Einjagen. Kann ich denn da eine Tür zwischensetzen? Oder... Ähm... Oder macht der das nicht mit einer... Mit einer... Mit einer Glasplatte? Äh... Wüsst du, wie ich das meine? Fragen stellen. Ne, mit der Glasplatte macht der das, glaube ich nicht. Na, ich guck mal. Warte mal, ich brauchst mal eine Tür. Wicken. Und ich hab mir vorgebracht. Du kannst versuchen das, outen zu kümmern. K Silverer eine Tür. Mä, scheiße. Nur eine zweite Tür bauen. Servierpapier bis hin. Ich encontiere eine Tür почему... ... lang unpunieren, Team. In deinem einen Club holt deswegen ist deinami W limme... Jaksi Flis. Mannne Hubschirm. die Druckplatten jenen Mürfensack, ey. Doch, macht er. Heuchtig aber nochmal Glas. Noch im Rufen, Glas, Glas. Nee, ich hab auch noch mal ehemal gemacht. Ich hab auch noch mal ehemal gemacht. Die Maut sieht man auf dem Messie hier. Dude. Wo hab ich denn hin? Wann immer? Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Katzen regen mir so oft, ey. Gar nicht, oder? Das nervig, diese... Untertitelung des ZDF, 2020 Katze, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Wo ist ein Neta-Portal, ähm, komische Dungeon? Na, wenn du rauskommst aus dem Neva-Tor, dann gleich 180 Grad umdrehen eigentlich. So, komm mal hierher und guck dich mal die obere Etage an, sag mal wie ihm das gefällt. Gleich war da. Paul ist ja schon da, Paul sag mal was. Ich will die Täter. Wieso hast du schon wieder was umgebaut? Kann man so machen, oder? Das sieht echt Porno aus. Die Hütte sieht von Weitem wirklich genial aus. Ich will die Täter. Mal gucken, was ich jetzt mal gemacht hab hier. Mal gucken, wie die Täter. Ich will die Täter. Oh, der hat eine Tür gebaut. Nur dat Kannste ja die Etage, die erste Etage und die letzte Etage entdecken Also die oberste dann Na bei der ersten hast du ja nicht viel verändert Nur noch die Glassäule, ne? Guck dir mal dat oben an Sag mal den da verheizt Alter Das sieht hammer paulös aus, ne? Das ist natürlich geil, ja Alter Vater, ey Das ist natürlich... Weißt du, was ich noch machen würde? Warten Das würde mir glaub ich persönlich sehr geil fallen Ich würde oben die Decke Nur oben dat Loch mit weißer Wolle oter northwestern Nöööö dinosaursсаfen Oder so ja Ja Aber bis jetzt ist das ein Architektonisches Wundermeisterwerk Aber weißt du was ich jetzt noch machen würde? Ich würde hier jetzt noch runter gehen Ne 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 Nö, würd' ich nicht. Ne? Nö, würd' ich nicht. Erstmal, weil's dann hier unten doof aussehen würde, auf den Olko müssen Treppen... Ne, ne, nicht komplett. Nur, nur einen noch. Praktisch unter den Fackeln. Warte mal, Alter, keine Treppen dabei, wa? Na, Holz, ich muss mal testen. Können wir beim nächsten Mal testen. Kann nur testen. Acht, acht hab' ich ja. Acht Treppen kann ich noch machen. Boah, eh noch zu weit. Ist das schon wieder oben, oder was? Das gibt's ja nicht mehr. Ja, ist das gar nicht. Ja, ist das gar nicht. Wollts jetzt testen? Die Sitzecke ist doch verbessert. Ach so, so. Guck mal mal. Besser, oder? Besser. Oh, das reicht sogar genau. Geil. Ach so, ich komme genau hin. Lass' er aus. Geiler Scheiß, Alter. Ich bin so'n geiler Typ, joh. Alter, riecht ok.